Der Hausbau wird oft als das größte Projekt im Leben bezeichnet. Und das wird so oft gesagt, dass es schon fast wieder ein Klischee wird. Da muss man aber wirklich aufpassen, weil dieses Klischee halt einfach wahr ist. Es ist wirklich eine Riesenherausforderung und viele Baustellen enden wirklich in der Bauruine, im finanziellen Ruin der Bauherren oder in der Scheidung. Das ist wirklich die traurige Wahrheit. Und woher kommt das eigentlich? Warum ist der Hausbau so eine krasse Herausforderung? Das kommt zum einen daher, dass man das alles zum ersten Mal macht und dementsprechend keine wirkliche Erfahrung in diesen Dingen haben kann und gleichzeitig halt auch hunderte Entscheidungen treffen muss, die man davor aber noch nie treffen musste und auch keine vergleichbaren Entscheidungen. Und das macht es zum einen enorm schwierig, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu befassen, weil es einfach so viel ist und so fernab von dem, was man normalerweise tut. Und das zweite, warum es wirklich kompliziert ist und eine große Herausforderung ist, ist, dass die Prozesse und Entscheidungen zeitversetzt laufen. Also du triffst eine Entscheidung auf dem Papier oder liest eine Baubeschreibung etc. und merkst dann eigentlich erst ein Jahr später, ob das eine gute Entscheidung war. Und selbst für die Dinge am Anfang, wie jetzt Erdarbeiten oder sowas oder Mehrkosten, die dann auf der Baustelle entstehen können, merkst du das mit einem Versatz von vier bis sechs Monaten. Und dann merkt man auch erst, ob die Entscheidungen richtig waren oder ob man eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen hat, die dann später teurer wird und man dann nachfinanzieren muss oder der Puffer dann schon aufgebraucht ist, obwohl der eigentlich noch für andere Dinge benötigt werden würde. Und das ist nicht zuletzt der Grund, warum dann viele beim Hausbau noch über Jahre auf Paletten ins Haus gehen, ja, statt ein richtiges, statt richtige Eingangsstufen zu haben und sowas, ja, oder dass eben die Terrassen über Jahre nicht gemacht werden und so weiter, weil einfach das Geld in der Bauphase ausgegangen sind. Das ist eigentlich was völlig Normales, ja, was aber eigentlich nicht sein müsste. Aber was damit wirklich zu tun hat, dass man das nie macht und wirklich komplett neu ist in diesem Thema, aber hunderte Entscheidungen treffen muss und jede Entscheidung auch noch zeitversetzte Ergebnisse liefert. Das heißt, man kann auch gar nicht schnell irgendwas lernen, ja, und merkt, ah, okay, wenn ich das mache, dann funktioniert das so, wenn ich das mache, dann passiert das, aber dann muss ich das korrigieren. Das funktioniert beim Hausbau nicht, ja, weil man sehr zeitversetzte Prozesse hat. Damit sich das Ganze wirklich lohnt und du nachher dein Zuhause, deinen Garten genießen kannst, dass das wirklich dieses Projekt auch wert war, für das man sich ja auch über Jahre an eine Finanzierung bindet. Dafür ist es wichtig oder dafür hat dein Zuhause wirklich die perfekte Planung und Ausführung verdient. Das ist einfach so, ja, es ist eine Riesenherausforderung, aber das Gute ist, du musst es nicht alleine machen. Allein auf unserem Kanal hier findest du über 400 Videos mit Hausbautipps, mit Anleitungen zum Thema Hausbau, so dass du wirklich die ganz großen Fehler direkt vermeiden kannst, nur indem du die Videos schaust, ja. Zusätzlich haben wir dann die Möglichkeit, wirklich auch direkt über dein Vorhaben zu sprechen. Wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten, wo wir einfach mal die ersten Schritte, die beste Vorgehensweise durchgehen können, auch Erfahrungswerte zu Baukosten, zu Baufirmen, Fertighausanbietern, etc. Egal, in welche Bauweise du da gehen möchtest. Und natürlich können wir dann später auch auf der Baustelle zum Beispiel unterstützen, wenn es an die Baukontrollen geht. Und so gibt es auch viele andere, dass du dir für zum Beispiel die Hausanschlüsse Unterstützung holst oder eben einen Architekten am Anfang in der Planung. Und das ist eine ganz, ganz kleine Summe, die man vorab investiert. Das sind so zwischen 1 und 2 Prozent der Bausumme in der Regel. Also eigentlich ein sehr, sehr kleiner Betrag dafür, dass du aber wirklich eine professionelle Unterstützung an der Seite hast. Und eben genau diesen Faktor, dass du das alles neu machst und hunderte Entscheidungen treffen musst, die du aber erst sehr zeitversetzt im Ergebnis bemerkst, dass du dir dafür Unterstützung holst, sodass das insgesamt gut durchläuft. Weil, und auch das ist eine Wahrheit beim Hausbau, dein Leben drumherum hört ja nicht auf. Also du musst weiter deinen Job ausüben und wahrscheinlich Vollgas geben. Genauso sind die Kinder da. Und du kannst ja auch nicht einfach sagen, ja, ich kümmere mich jetzt halt mal ein halbes Jahr nicht um die Kinder, sondern um den Hausbau. Genauso andere Verpflichtungen in einem Verein, in der Familie etc. Also das hört ja alles nicht auf. Und deswegen ist es halt wichtig, sich wirklich Unterstützung an die Seite zu holen. Ob wir das sind oder andere Angebote, ist ja erstmal völlig gleich. Wir freuen uns natürlich, wenn du das mit uns machst. Aber grundlegend ist es wichtig, sich Unterstützung an die Seite zu holen für dieses größte Projekt im Leben. Ich wollte jetzt mit dem Video einfach nochmal ein bisschen aufzeigen, was so der Kern eigentlich von Hausbau ist oder wo die Probleme herkommen, was es aber nachher wirklich werden kann und wie wirklich man das dann genießen kann, wenn man im eigenen Garten sitzt und weiß, das Haus ist so geplant, dass es zum eigenen Platzbedarf passt und auch zu dem Grundstück und da ein paar clevere Lösungen drin sind. Das macht das Haus nachher wirklich besser. Und deswegen kümmere dich da drum, nimm das an, wenn du jetzt ein Haus bauen möchtest. Dass es eine sehr große Herausforderung werden wird, aber dass du auch eine wirklich gute Möglichkeit hast und dass dein Zuhause wirklich die perfekte Planung und Ausführung dafür verdient hat. Wenn du über dein Vorhaben sprechen möchtest, sag gerne Bescheid. Schreib mir einfach an fertighausexperte.com-kontakt und dann können wir einfach mal über dein Bauvorhaben sprechen. Wie gesagt, beste Vorgehensweise mal durchgehen und dann kannst du da wirklich gute Entscheidungen treffen und weißt von Anfang an, dass die auch später gut werden. Ich freue mich drauf und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.